heute ist der 13 also heute ist eigentlich nicht der 13 sondern der zwölfte aber ihr seht am 13 7 das video hier und es war von der woche der offizielle jahrestag von pokémon go aber in deutschland kam es glaube ich offiziell erst am 13 7 raus zumindest auf ios weil ich habe offiziell am 13 7 erst angefangen dementsprechend heute hier das video ein kleiner überblick über die ganzen highlights von einem jahr pokémon go am anfang habe ich das spiel echt nicht intensiv gespielt man glaubt kommen aber ich habe nicht mal mein zimmer verlassen ich habe es echt nur ab und zu am tag angemacht meistens wenn ich kacken oder so habe ich schnell mal reingeschaut sowie ein normales mobile game halt kurz auf der toilette mal ein bisschen gezockt ein zwei pokémon gefangen das war's aber erst nach einem monat oder so bin ich dann raus auf die straßen gegangen zu einem waren trainer geworden da war der hype bereits schon vorbei aber da hat für uns die reise erst angefangen und hier noch mal ein paar highlights was geht ab leute hongja was geht ab leute hongja oida was geht ab leute hongja oida was geht ab leute hongja oida was geht ab leute man kennt uns vielleicht als jugio spieler das neue neue game was rausgekommen ist man pokémon oder was geht ab man es geht ab man alles sind am start jahr hong was geht ab man jahr bade spiel gar nicht alles ist am start es gibt drei ziele genau ziel nummer eins als hongja die ist echt saftig die ist echt gut also einmal 142 Pokémon und alle drei gesehen im Dex, also Taurus, Kangama und Porrenta, dann alle Medaillen auf Gold, das ist das schwierigste glaube ich und dann noch mal Level 40. Richtig krass, drei Ziele. Wer zuerst zwei von drei hat, der gewinnt. Tati, mein Freund, wer fein Fettig hier draußen ist, dann war es mit Platz zwei, mein Freund. Jeden Tag komme ich her, du hast meinen Urlaub, mein Freund. Ich werde auch Urlaub machen, und zwar hier. Mann, wie viele Berge waren. Wart ihr eigentlich jetzt immer noch aufs Vortag? Oh mein Gott, wir waren gerade mitten in der Schlange, richtig leiden, während wir warten mussten. Ja Mann, dann sind wir in der Kasse, sie macht noch alle Münzrollen auf. Sie hat auch noch so einen Fehler gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, es fällt noch ein Tor. Die beiden hatte ich halt schon, aber warte. Ja, meistens. 28 Stück. Oh mein Gott, die mir endlich mal nützlich, er hat bei Sightings ein Garados gesehen. Richtig soft dick, richtig soft dick. Ein Garados? Ja. Ja. Gib mir ein Garados, Alter. Und er sagte doch so ganz normal so. Ja Jungs, hier ist ein Garados. Geht so einfach so, als wäre das so Taubstüro, weißt du? Baumschule sind, das sind Schüler, Mann. Es ist so. Oh mein Gott. Warum ist es so? Wir könnten echt Unrecht haben. Damals dachte das jeder. Nein, Baumschule ist echt so. Weißt du was wir dachten? Grundschule und dann kommst du entweder Gymnasium, Realschule, Hauptschule und dann dachten wir, Das war ein Joke. Echt? Ja. Das war die Verarschung. Dass eine Baumschule eine Schule ist. Shit Tati, vielleicht hat er echt recht. Wir googeln das gleich mal. Er hat es doch gerade geguckt. Jan. Oh Gott. Es ist auf Kamera. Ja. Es ist auf Kamera. Es ist auf Kamera. Ja. Es ist auf Kamera. Es ist auf Kamera. Es ist auf Kamera. Es ist auf Kamera. Wir haben es geschafft. Keine Ahnung wie. Es ist richtig. Was? Das tut noch mehr weh. Ich abgehauen. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war 100 Prozent. Oh mein Gott. Aber die anderen Leute schreiben gerade, dass die Seite nicht geht. Muss ich gleich mal mit dem... Ja, ist von nix. Ja, weiß von nix. Jeder Mensch kriegt sich über die Tragossus auf. Warisch will Tragossu Nest gehen. Ja. 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 Oh mein Gott. Hier ist ein Lachsusborn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich leide. Oh mein Gott. Ich habe ihn sogar angeteckt. Ich muss parken, Leute. Oh mein Gott. Ich leide. Ich habe doch keinen. Oh mein Gott. Das Game. Ladet noch. Oh mein Gott. Eigen Lachsuschatten. Hast du's? Ja. Schlecker. Jetzt nehmen. Ja Mann, da ist er. Hast du ihn? Oh yes Baby. Ja, da ist er. Super saftig. Mit Tati und Baris am Start. Wir checken heute mal den Olympiapark ab. Und Baris ein krasses Abrannnest mit Fugados. Da hast du entgeworfen. Da bist du jetzt, oder? Oh mein Gott. Ich hab noch Köln. Es ist nicht mal ein einzigen. Tati versucht sich jetzt ein dritten, vierten, da kann ich zum fünften. Er schmeißt sie einfach weg. Die bin und reißt sich. Schnell noch ein Screenshot. Boom. Ich weiß nicht, Mann. Ich kämpfe immer noch gegen ihn. Ich weiß echt nicht, was das werden soll, Mann. Es geht jetzt seit 40 Minuten. Ohne Scheiß. Seit 40 Minuten geht. Er ist echt hartnäckig. Ich kämpfe immer noch. Normale Leute haben nicht mal Lust, eine normale 10 AG noch platt zu machen. Ja, Mann. Also ich mache immer noch weiter, obwohl einer dagegen pusht. Das sind jetzt 50 Minuten. Das ist echt klank, Mann. Du kannst das GPS. Ich habe ihn von hier oben bekommen. Die anderen müssen ihn eigentlich nicht von hier oben bekommen. Das ist nicht mehr viel Zeit übrig. Doch. Wenn die Jungs sagen gelbe Berge, dann gelbe Berge. Oh, der war schlecht. Oh, der war richtig schlecht. Ich treffe keinen Great oder Exo. Mein Gott. Ja, Mann, ich habe ihn. Was? Oh, 2.000 Minuten. Okay. Das zweite Kapador, Level 30. 188. Leider auch nicht shiny, Leute. Meins auch nicht. Meins auch nicht? Nein. Julian? Nein. Nein. Falsche Bär. Ich trage ihn hier. Hier könnt ihr die Map sehen. Also, überall nur Trafinis. Uh. Da ist er ja. Super saftig. Da ist er ja. Meine zweite Chance. Despotor. So. Schauen wir mal, was wir bekommen. Zweiter Despotor. Bis Fireblast schon wieder. Egal. Wird gemaxed. Über 3.000 direkt. Echt super saftig. Den könnte man eigentlich so lassen. Level 39. Puh. Mein Gott. Du hast Screen Rekorder. Das ist das Ganze auch die ganze Zeit Screen Rekorder. Oh mein Gott. Du hast gesagt, ich soll Screenshoten. Und da hättest du sagen müssen, nee, brauche ich nicht. Ich habe Screen Rekorder. Ja. Egal. Ähm. Kannst du das schneiden? Nein, nein. Das kommt alles da rein. Laufts, Kinder. Laufts. Ich stelle es mal kurz ab. Der Kollege hat schon. Peace. Es waren hier noch mehr Autos. Ich bin in der letzten Minute gekommen. Zum Gekambius. Die umschreien. Puh. Wir haben jetzt die 1.000 geknackt. HP. Attack. Defense. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Was ist hier los, Mann? Wer weiß. Wer weiß. Hau mal. Ich habe mein Pokémon schön gesehen, Mann. Ihr geht echt krass ab, Mann. Ich weiß schon. Und. Skorgler, der Hohen. 14. Skorgler. Unser guter alter Freund Skorgler, ja. Den habe ich auch gesehen. Genau. Das heißt, Skorgler habe ich gesehen. Der Hohen. Eine Packung Tempo. Kann man immer gebrochen. Vor allem, wenn man mitten in der Nacht irgendwo ist und scheißen muss. Dann ist das richtig wichtig. Könnt ihr Dimi fragen. Ein Kumpel von mir, der früher in den Videos war. Der musste mal eine Scanner-Tour abbrechen, weil er scheißen musste. Wir sehen hier Dimi, wie er zur Toilette läuft. Functionale. Wir mussten ihn zurücklassen. Echt erstes Opfer. Ich wollte mal durchgehen, was wenn einer hungrig ist. Oder aufs Klo. Oh, Alter. Ich habe gerade am Anfang was gefangen. Leute, lass doch Licht an. Ja, Max. Ja, sonst geht's aus. Max, das war's. 3.234, 100% Garados. 3.522, der stärkste. Den haben wir gestern gemacht. Den echten, den wahren Pokémon-Meister. Was? Das ist mein Brett. Hast du nie ein Holzbrett gesehen? Das hast du selbst gebaut, oder? Ja, natürlich, weil ich habe keine drei Hände, weißt du? Bist du rot, gelb und blau, oder? Ja, natürlich. Ja, bist du soweit. Ja, los. Das ist Screenshot. Was? So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War echt ein cooles Jahr. Seitdem echt viel passiert. Danke an alle Zuschauer. Wir haben jetzt über 5.000 Abos erreicht. Danke an alle, die ganz, ganz früher wieder zugeschaut haben, wo wir echt schlecht waren. Beziehungsweise, wo ich echt schlecht war. Keine Ahnung vom Pokémon gehörte. Bis hin zu jetzt, wo wir echt gerade krass erwachsen sind. Ich hoffe, es geht noch weiter so. Und 5.000 Abos Special, demnächst kommt da sicher noch was. Aber bleibt dran. Schreibt unten in die Kommentare, was euer bester Highlight dieses Jahr war. Und ansonsten wir mal liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen wie es ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist tieres Business. Bis zum nächsten Mal.